So, da sind wir auch schon wieder. Und hier, Marcel Geddecken schreibt unter hangamhighcrashbennicoot. Und wie kommt man zu 27? Du musst 10 Relikte jeglicher Art sammeln und dann über die Plattform, über Level 27 rein, im Bonusraum. Life is Strange Before the Storm, Folge 7, wird kommentiert von Black Wasp. Danke für die Werbung, Bro. Überaus gerne. The Long Dark Story Mode, Folge 29, kommentiert von Eric D. Also, bei dir sieht das schon mal besser aus, als bei meinem ersten Mal. Also, das mit Long Dark. Ja, muss man ein bisschen hart strugglen und dann geht's auch wieder. So, er kommentiert auch, Life is Strange Before the Storm, Folge 5. Ich glaube, du bist der Erste, den ich sehe, der das Spiel mit so viel Humor nimmt. Der Kommentar kriegt auf jeden Fall auch ein Herz. Und Folge 7 wird kommentiert von ihm. Freue mich schon auf die nächste Episode. Ja, wunderbar. So. The Long Dark Story Mode, Folge 33, ist das jetzt erstmals der letzte Part. Ähm, da musste ich den Bären ein bisschen jagen. Also, in dem Sinne war es dann doch nicht der letzte Part. So. Eric D. Unter Kino der Toten, Folge 1. Ach ja, Kino ohne Kaugummis. Ja, das war noch eine schöne Zeit, eine schöne Zeit. So. Call of Duty Black Ops 2, Folge 2. Auch kommentiert von ihm. Haha, Sandalen und Socken. Äh, ich wusste noch damals, Hurensohn mit Z, also Sohn. Hier. Hurensohn war echter Klassiker, absolut. Kann ich auch nur so. Kann ich auch nur so weitergeben. Ketter macht den Valumat. Fallout Kalle schreibt, gutes Video, bei mir kam die AfD raus. Und HiFi Drache schreibt, AfD, hast dir wirklich Mühe gegeben, mach weiter so. Ja, immerhin. Ich habe ein sehr ehrliches Video abgeliefert. Und, äh, das hat tatsächlich, ich habe eigentlich gedacht, dass ich dafür zerstört werde, im Kern von vielen. Aber, dass ich so viel Anerkennung dafür bekomme, äh, einfach nur meine Meinung zu sagen, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Shorty, Folge 20, kommentiert von Maduracan. Cool, äh, Schatzi ist Klassensprecher. Ja, bin ich jetzt auch immer noch. Und, äh, irgendwie fühlt es sich nicht befriedigend an bei der Klasse, in der ich gerade bin. Aber, naja, was soll's. Oh ja, kenne ich. Ähm, nur stehe ich immer gleich sofort auf. Jedoch schlafe ich am Sonntag auch gerne aus. Jedoch wache ich automatisch um 8 Uhr auf. Pen dann aber gern nochmals. Ja, davon kenne ich was. So, dann nochmal Fallout-Kalle unter dem Valomat-Video. Was sagst du eigentlich zu Donald Trump? Äh, find den eigentlich gut, im Kern. Nur, äh, ist es schockierend zu sehen, dass er mit seinen Forderungen, mit dem, was er durchsetzen will, überhaupt nicht durchkommt. Weil es eine starke Lobby gibt, eben von Konzernen und hast du nicht gesehen und anderen Leuten. Das ist schon übel. So, dann kommentiert er auch nochmal. Der hat viele gute Kommentare rausgekommen, muss ich dazu sagen. Außerdem lieber rechts als einer dieser widerlichen linksgrünen Merkel-Anbeter. Sehe ich genauso. Sorry, aber, äh, mich kotzt so vieles hier in Deutschland nur noch an. Wir müssen endlich Adolf Hitler hinter uns lassen und einen kompletten Neuanfang mit einem neuen Deutschlandwagen. Hab auch schon per Briefwahl die AfD gewählt. Ja, ich bin rechts. Okay, das ist doch gar kein Problem. Ich bin ein Freund der Demokratie. Ich persönlich hoffe, dass die Wahl endlich mal positiv für uns Deutsche ausfällt und dass der Islam als verfassungsfeindlich eingestuft wird. Du schreibst viele Sachen, die ich irgendwo auch teilen kann. Äh, allerdings wollte ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Weil ich sonst hier wieder stundenlang vorsitze. So, Madhu Ratschan. Bei der Staatsbürgerschaft bin ich da anderer Meinung. Wenn ich zum Beispiel zu dir komme, kann ich somit auch meinen Schweizer Pass behalten. Und Black Wasp schreibt auch nochmal was unter das Video. Erstaunlich, dass sich unsere Meinungen in einigen Dingen doch so unterscheiden. Beim Thema Cannabis zum Beispiel. Ja, passiert. Das nennt man Demokratie. Und Fallout Kalle schreibt tatsächlich noch was unter das Video. Ein kurzer Moment. Ja, also, ähm, das kenne ich natürlich auch. Ach, ne, das war ein falscher Kommentar. Aber, äh, was übrigens sehr lustig ist. Schon damals kannte man die Wahrheit. Siehe hier. Und dann hat er mir noch ein Video verlinkt. Das ich mir dann auch noch angeguckt habe. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Ich sehe jetzt nur den Link, von daher. Und Erik Die Games schreibt auch nochmal was. Erstmal gutes Video. Viele deiner Meinung treffen mit meinen zu. Manche aber auch nicht. Aber das ist nun mal so. Übrigens ist das andere Easter Egg. Marcel Davies in der Google-Suche. Ja, nice. Und der Pornosordner oben. Den mache ich immer absichtlich, wenn ich irgendwas im Browser aufnehme. Den habe ich eigentlich nie. Also, von daher. Und ich meine, man wäre ja auch nicht so dämlich, wenn man es tatsächlich speichern würde, dass man den so nennt, ne. Das würde an Dummheit ja nicht mehr zu übertreffen sein. So, Erik Die schreibt unter Nach fast zwei Jahren wieder Monopoly. Yeah, wieder Monopoly. Danke, Ketter. GameNator unter Game of Life Folge 1. Wozu nochmal der Let's Play Kanal. Für ungeliebte und längere Projekte. Genau. Und Sachen, die nicht aktuell sind eigentlich. Erik D Games fragt unter dem Video, kennst du Instant Games? Da kannst du Spiele ganz billig kaufen. Habt zum Beispiel Black Ops 3 für 16 Euro bekommen. Dann bekommst du einfach ein Steam Key zugeschickt. Sowas kenn ich, aber in so einer Ausführung bisher auch noch nicht. Game of Life Folge 3. Also das Spiel hat meine Schwester mit meinen Eltern geschenkt. Also als richtiges Brettspiel. War ganz witzig damals. Ja, das freut mich doch, dass ihr so nen Spaß hattet. So, und so wendet sich das Blatt Monopoly. Ein Zuschauer. Oh, wurden mir die vorherigen Folgen nicht angezeigt? Oder hast du seit längerer Zeit wieder was hochgeladen? By the way, ein Tipp. Orangene Straßen sind die besten. Auf dem zweiten Platz die roten. Weil man da so oft draufkommt. Das war über ein Jahr her schon. Ich glaube, ich weiß gar nicht wie lange. Monopoly hatte echt eine lange Lücke. Ich glaube, doch so anderthalb Jahre. So. Hier bei Game of Life Folge 3 GameNator. Erstmal Iglo-Werbung auf ein Video für Kette-Ecke am besten. Achso, wird wahrscheinlich was vorgeschaltet. Marcel Geddecken schreibt unter Area 51, Crash Bandicoot. Wie bekommt man beide Edelsteine? Einmal die UFOs alle überholen und erster werden und einmal alle Kisten zerstören. Ist relativ easy. So, das Valomat-Video wird auch kommentiert von RandomGuy1923. Interessant. Okay. Ja, freut mich, dass es dir gefällt scheinbar. So. Und die beiden Monopoly-Videos werden auch noch kommentiert von OhTheWorld. Ich bin ein neuer Fan von dir. Hey, wer ist so dumm? Er bzw. ich abonniere einen Kette-Hacker ohne Glocke, bekommt nichts und wundert sich. Ich natürlich. Das mit der Glocke ist Quatsch. Das habe ich euch aber offen schon gesagt. Also, jeder, der YouTube macht und zwei Kanäle hat und sowas selber mal mit seinen Kanälen ausprobiert hat, hat wie das funktioniert. Der weiß, dass die Glocke Quatsch ist und man eigentlich nur bei jedes Video zusätzlich nochmal benachrichtigt wird. TheLongDark Folge 36 aus dem Story-Mode. Kommentiert von Erik D. Freue mich auf jeden Fall mega auf Episode 3. Nur es selber zu zocken. Nicht nur es selber zu zocken, sondern auch bei dir zu sehen. Ja, ich kenne das Gefühl. Wenn du irgendwas guckst, was du bei einem anderen gesehen hast. So, Valomat. ST Hurzen. Kommentiert das auch nochmal? NPD saugt. Das ist eine verdammte V-Mann-Partei. AfD wählen. Okay. Dann haben sich ein paar Leute noch gefetzt darunter. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. So, Sphinxingator. Wie bekommt man beide Edelsteine? Oh, das. Ich habe vergessen, auf den Kommentar zu antworten. Weiß ich jetzt auch nicht. Du musst, glaube ich, einen alternativen Weg nehmen. Dann bekommst du noch einen Edelstein, der da irgendwo rumliegt. Creeps Folge 37. Kommentiert von Maduracan. Ui, ich liebe deine CP. Und vor allem Schatzi hat es vertont. Worte der Seele. Hurra, noch eine CP. Das ist ja wie Weihnachten. Ich liebe deine CP-Stimme. Creeps 38. Ja, freut mich. So, und dann kommentiert das auch noch Moifi Creepypasta. Gute CP. Okay, und Folge 40 von Creeps, auch nochmal kommentiert von ihm. Warum hast du so wenige Aufrufe? Gutes Video. Mach weiter, so hast mein Abo. Ja, wunderbar. Freut mich doch, dass Creepypasta-Fans auch auf meinen Kanal auf zufällig stoßen. So, der größte Camperwiderstand aller Zeiten. God of Duty Black Ops 2 Folge 27. Also, ich finde den Witz nice. Erik, die Games. Ja, nice, ne? Ich weiß gar nicht, um welchen Witz es geht. Sorry. Aber das ist drei Wochen her. Das müsste eigentlich noch im Dings sein. So. Ähm. Vlog 11. Äh, 111. Sorry. Von nur ich kommentiert. Ich wohne in Lichtenstein. Ja, seht ihr? Also, äh, da ist tatsächlich, ne? Da ist tatsächlich ein bisschen Glück mit drin. Ein kleines Land mit 30.000 Einwohnern. Du besuchst es und dann kommen dir tatsächlich Leute aus dem Land und sagen, hey, ich bin da. Wahnsinn. 10 Phantasorten in Deutschland. Kommentiert von Harry Dogger. Exotik ist eine Sucht. Kann ich genauso unterschreiben. Shorty Folge 21. Moment, kurz. War ich ja in Hamburg. So. Gehen wir mal chronologisch runter. Kommentiert von einem Zuschauer. Das letzte Mal, dass ich damit gefahren bin, war es immerhin nur eine Stunde Verspätung. Allerdings ist Autofahren, zum Beispiel sechs Stunden Fahrt, letztens ziemlich scheiße, wenn vor einem ein Riese sitzt. Der sitzt entsprechend weit hinten und man selber 1,91 groß ist. Mich überraschen die Dislikes auf dem Video. Ja, das war mal wieder so ein kleines Kiddy, das irgendwie Probleme hat mit mir, weil ich ihn mal in der Vergangenheit aus meinen Kontakten geschmissen habe, weil er über mich scheiße erzählt hat und über einen Kollegen und versucht hat, uns gegeneinander auszuspielen. Erik D. Games schreibt unter das Video. Ja, als ich zur Gamescom dieses Jahr gefahren bin, war auch der Waggon, in dem mein reservierter Sitzplatz war, nicht dabei. Nein, haben die wohl vergessen. Okay, auf jeden Fall war es ein totales Durcheinander. Maduracan schreibt, also bei mir war es auch so schlimm mit der Deutschen Bahn. Hoffe, dass ich bald ein Auto habe. Das wird alles, Schatzi, keine Sorge. Und wenn man nicht jeden Tag mit demselben fährt, sondern nur hin und wieder mal, dann kenne ich mich nie aus. Denn bei der App steht dann immer die Richtung, wo er denn hinfährt, aber auf dem Bus steht dann wieder ganz was anderes. Das kenne ich auch. Auch letztens, als ich bei einem Freund und mit einem Bus nach Hause fahren wollte, kamen zwei einfach nicht. Beziehungsweise bei meinem Handy und dem des Freundes standen auch andere Abfahrtzeiten. Zum Schluss bin ich dann mit dem Rad seiner Schwester nach Hause gefahren. Ja, das ist eine üble Story. Ich müsste euch auch mal erzählen, wie ich nach Hause gekommen bin von Hamburg, wo dann eigentlich gesagt wurde, ja, du solltest dann irgendwie, solltest dann irgendwie um Dings zu Hause sein. Hier 18 Uhr, Pan 50 und dann bin ich um 23.30 Uhr zu Hause gewesen, habe dann den Schlüssel gedreht und dachte mir so, Deutsche Bahn, fick dich doch. Also, ich habe auch schon so meine Erfahrungen. Herr Frankfurt 14, schreibt unter das Video. Zugfahren ist eigentlich recht schillig, nur die Verspätungen sind oft nervig. Mein Rekord drei Stunden. Generell halte ich das Auto aber für das coolere Verkehrsmittel, weil man damit unabhängiger ist. Nach Berlin würde ich aber nie mit dem Auto fahren. Ich auch nicht, kann ich voll nachvollziehen. So, Bilger Hann schreibt unter Monster AG Folge 4. Hier, Kindheitserinnerungen, Mann, Mann. Naja, da ist was dran, ne? So, und jetzt kommen wir zu den letzten Kommentaren, so allmählich. Ich bin jetzt auch echt fertig, weil ich jetzt schon hier echt über eine Stunde sitze und nur Kommentare vorlese. Sieben Monate nachgeholt, Wahnsinn. So, Schamanqueen schreibt unter zwei Jahren mit Schatzi. Herzliche Glückwunsch, äh, Beglückwunschung, ihr zwei Schnuckis. Dankeschön. Herr Frankfurt 14 schreibt, wie doch die Zeit vergeht. Viel Glück euch beiden noch. Hashtag Liebe. Danke. Madura Chan. Oh, wie süß, die Anfänge. Starlight ist auch von der Partie. Mega süßes Video. Erik D. Möchte auch mal in die Schweiz. Gutes Video und dass das mit euch noch länger halten wird. Danke. Das wird schon werden. Macht dir mal keine Sorgen. So, ein Zuschauer schreibt, zwei Jahre schon. Das ging ja schnell. Was ist eigentlich mit Holly? Ich glaube, deine Ex-Freundin hieß so, passiert. Äh, Edith, mir ist aufgefallen, dass gar keine Vlogs mehr kommen. Seit wann eigentlich und warum? Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge von diesem Vlog, also in A quasi, habe ich das erzählt am Anfang, weil, ähm, weil YouTube so undankbar geworden ist. Ich meine jetzt nicht die Zuschauer, sondern eben dieses mit dem muss zur Überprüfung eingereicht werden und das hast du nicht gesehen. Also, das ist schon echt zum Kotzen, wie YouTube mit seinen, äh, Einnahmequellen umgeht. Selbst wenn du nur ein kleiner YouTuber bist. Aber ich habe es jetzt in wenigen Monaten, also ich glaube, seit ich Crash Bandicoot gebracht habe, irgendwie im, wann war das irgendwie, August oder so. Also, äh, nee, 30.06. genau. Also, so seitdem habe ich fast wieder 70 Euro zusammen und es läuft super. Also, doch, äh, fernab von diesem Dings ist es schon echt, ne? So, Erik D. schreibt unter, live is strange before the storm Folge 8. Nice, es geht weiter. Folge 13 kommentierte auch. Da ist wohl irgendwas mit der Synchro falsch gelaufen, dennoch Like. Ich danke dir für deinen Like. Ich habe mir das Video anschließend auch nochmal angeschaut. Aber ich bin nicht wirklich drauf gekommen, was du mit der Synchro meinst. Manchmal kommentiere ich ein paar Sachen auch an sich, äh, ohne dass es jetzt verzögert ist. Einfach hinterher. Das kommt dann vielleicht manchmal so rüber. So, und jetzt sowieso absolut top. Haftbefehl Fanboy. Rap bei Black Ops 2. Kennt einer noch dieses Video? Und dann gibt es wirklich einen Kanal, der heißt Haftbefehl Fanboy. Hat das durch Zufall gefunden. Meinte so, einer der Ahnung hat, was gut ist. Wallah. Geiler Typ. So, Leute. Das waren eure Kommentare. Wenn ihr noch weitere Anregungen oder so habt. Ich werde auch noch Shorties hochladen die nächsten Tage. Äh, wahrscheinlich. Dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und, äh, bis dahin würde ich sagen, ne? Haut da rein und macht's gut. Und danke für all diese Kommentare. Es hat mir Freude bereitet, die vorzulesen. Es ist natürlich aber auch anstrengend gewesen, jetzt hier über eine Stunde zu sitzen. Und, äh, ja. Danke auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder, wenn ich mal wieder eine hochlade. Äh, wenn ihr euch wundert, die Nummern, die stimmen nicht überein. Es kommt noch mein kleiner Reisevlog nach Hamburg. Da werdet ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen was sehen. Und wie die Hamburg-Reise so gewesen ist. Es wird aber relativ kurz gehalten, weil ich kann auch nicht alles mit reinnehmen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und bleibt gesund und mutter. Haut da rein. Tschirio.